Hallo, mein Name ist Daniel Haider, ich bin vom DJK Adler-Imke und das sind meine drei Tops im Amateursportbereich. Platz drei der Tops ist auf jeden Fall der Aufstieg mit Sus Wilhelmshöh in die Landesliga. War ein tolles Jahr, war eine super Saison, gehört natürlich in meine Top-3-Reihen. Top-2, persönlich für mich, war der Gewinn des Watz-Torjäger-Pokals, mein allererster. War schon schön, dafür geehrt zu werden, die meisten Tore im Amateursport da gemacht zu haben und deshalb ist er auf Platz zwei. Platz eins ist der Watz-Torjäger-Pokal das zweite Mal zu bekommen, direkt hintereinander mit noch mal mehr Toren wie im Vorjahr. War eine schöne Ehrung, die ich da erfahren durfte. Deshalb ist das mein Top-1-Moment im Amateursportbereich. Dankeschön.